Hallo und herzlich willkommen zu MyHands, deinem ganzheitlichen Gesundheitspodcast mit Bettina Roschewitz. Sie begleitet seit über 30 Jahren Menschen mit körperlichen Erkrankungen und in persönlichen Krisen mit der japanischen Selbstheilmethode Yin-Chin-Yutsu und unterstützt sie auf ihrem Weg zurück zu Kraft und Gesundheit. Hör direkt rein in diese Folge und entdecke das Wunderwerk deiner Hände. Hallo, hier ist Bettina. Herzlich willkommen zu deiner Yin-Chin-Yutsu-Podcast-Zeit. Neben den neuen Folgen, die ich immer für euch aufnehme, haben wir beschlossen, jetzt auch regelmäßig eure Lieblingsaufzeichnungen, eure Lieblingsfolgen auszuspielen. Danach habt ihr ein großes Bedürfnis und dem kommen wir von Herzen gerne nach. Die Folgen liegen schon länger zurück und es ist vielleicht, naja, für die Neuen sowieso super interessant, was eure Lieblingsfolgen sind. Und für diejenigen von euch, die die vielleicht vor einem Jahr oder noch länger schon einmal gehört haben, ist das ja mega spannend zu gucken, wie hat sich mein Leben verändert, wie schaue ich jetzt auf dieses Thema. Also, die Neuen sind herzlich eingeladen, diese tollen Folgen zu genießen und die, die schon länger dabei sind, nehmt euch in Ruhe Zeit, einmal zu reflektieren, wie ist das heute mit dir und deinem Yin-Chin-Yutsu, wenn du dran geblieben bist, was hat sich alles verändert. Viel Spaß dabei, wünsche ich euch von ganzem Herzen und es ist mir eine Freude, euch weiterhin so intensiv begleiten zu können. Heute möchte ich mit euch sprechen über ein Thema, das ein bisschen schambesetzt ist, nämlich das Übergewicht. Und ich meine nicht dieses Gefühl, ah ja, ich habe ein paar Kilo zu viel und mein Po, den finde ich zu dick und da am Bauch und so weiter. Das meine ich nicht, sondern ich meine das starke Übergewicht, in der Fachsprache auch Adipositas genannt und was sich zu einem ganz, ganz großen Problem entwickelt und ich möchte mit euch da ein bisschen einsteigen, weil viele, viele meiner Patienten, viele meiner Kursteilnehmer dieses Problem haben. 60 Prozent der Deutschen sind übergewichtig, 25 Prozent, also wirklich jeder vierte ist adipös. Bei den Kindern wird es auch dramatisch. Zehn Prozent der Kinder sind bereits übergewichtig, unter dem zehnten Lebensjahr und sechs Prozent adipös. Was ist, was heißt genau adipös? Adipös ist, Adipositas ist eine chronische Erkrankung, eine chronische Erkrankung, wo sich unangemessen viel Fett bildet. Losgelöst von einem Schönheitsideal. Und das Problem am Adipositas ist nicht nur, dass die Menschen sich unglaublich schämen, dass sie das Gefühl haben, sie bekommen das nicht hin, dass sie das Gefühl haben, wenn sie doch mehr Sport machen würden, dann würde das besser sein. Das alles ist aber Fehlinformation. Diese chronische Erkrankung hat eine genetische Disposition und sie hat natürlich eine Konsequenz aus dem Lebensstil, den wir leben. Evolutionsbiologisch gesehen sind wir so konzipiert, dass wir Fettreserven anlegen müssen für die Zeiten, wo wir nicht jagen und wo die Zeiten sind, wo wir keine Beeren für unseren Stoffwechsel haben. Da müssen wir Fettdepots anlegen. Aber in der hochkalorischen Zeit, in der wir leben, mit diesen hochkalorischen fetttriefenden Lebensmitteln, in den unglaublich süßen Getränken, in diesen Zeiten hat sich alles verändert. Wir müssen keine weiten Wege mehr zurücklegen. Wir gehen einfach in den Supermarkt und sind jederzeit, ist das Essen verfügbar. Wir müssen uns dafür nicht anstrengen und das Essen hat sich in einer Art und Weise verändert, die uns überhaupt nicht gut tut. Das einmal und dann eine genetische Disposition, das führt dazu, dass Menschen eben an dieser Erkrankung, an dieser chronischen Erkrankung Adipositas leiden. Die Ursache ist somit ein bisschen deutlich. Die Folgen vom Adipositas und besonders, wenn es eben schon im jungen Alter oder bei Kindern auftritt, ist eben dramatisch. Das Herz-Kreislauf-Risiko ist riesengroß. Die Bereitschaft, einen Schlaganfall zu bekommen, steigt immens. Diabetes Typ 2 und mittlerweile 13 Krebsarten, die entstehen durch und begünstigt werden durch den Adipositas. Es lohnt sich also dort Ärmel hoch und mit einem klaren Bewusstsein und einer neu geliebten Wertschätzung und einem liebevollen Blick auf sich selbst dieses Thema anzugehen. Natürlich geht es auch darum, wieder in die Bewegung zu kommen, aber es geht erst mal darum, zu verstehen, warum habe ich das, dann mich nicht mehr anzuklagen, dann dafür zu sorgen, dass mein neues Bewusstsein, meine neue Energie mir dann die Türe und Tore öffnet für einen veränderten Lebensstil und diese neue Energie mich dann zum Beispiel auch befähigt, mich wieder zu bewegen. Mit der alten krankmachenden Energie, die mich in den Adipositas gebracht hat, ist das sehr, sehr schwer, dort herauszutreten. Das kennen wir auch von Patienten in Kliniken, die wir begleitet haben, die eine Magenverkleinerung hinter sich haben, die eine Zeit lang in ihrer Gewichtsreduktion bleiben, aber dann, wenn die alten Gewohnheiten wiederkommen, auch der alte Schmerz, der dazu geführt hat, dass ich sehr viel esse, der ja immer in der ersten Tiefe wohnt, wo ich mich nicht genährt gefühlt habe, dann ist das bei vielen Patienten leider so, dass sie auch so eine schwere Operation, wenn sie sie zwei, drei Jahre hinter sich haben, wieder in die alten Gewohnheiten fallen und wieder das Gewicht zurückkommt. Und davon wollen wir uns ja alle gemeinsam auf der Erkenntnisebene eben befreien, dass uns klar wird, dass der Körper der Austragungsort ist, aber eben nicht die Ursache. Die Ursache ist eben ein nicht gelernter Umgang mit Essen, weil dort so ein großer Schmerz sitzt. Erstmal für uns alle ist es ganz wichtig, die Körpermitte zu öffnen, dass das, was ich aufnehme, angemessen verdaut werden kann, dass ich überhaupt in der Lage bin, die Nahrung aufzuschlüsseln und dass ich aus einem Gefühl der Sattheit, was in meiner Mitte wohnt, dann wieder gestalten kann, wie viel esse ich, was esse ich, überhaupt wieder in ein Empfinden zu kommen, was tut mir gut, was vertrage ich nicht, was ist ein zu viel, ein gesundes Gefühl von Sattheit wieder zu entwickeln. Und da haben wir eben alle, unsere große, große Spezialistin an Bord, nämlich das Energieschloss Nummer 14. Und so lade ich dich ein, deine rechte Hand auf deine rechte 14 zu legen und deine linke Hand auf deine linke 14. Vielleicht, wenn du mit diesem Thema sehr viel zu tun hast, übe das einmal nach dem Essen. Und schau einmal, wie dein Körper auf Nahrung reagiert, wie es sich anfühlt, auch zu viel zu essen, dass das dir bewusst wird, weil die Veränderungen immer über die Bewusstseinsebene laufen. Und im Jinjinjutsu, ich hatte anfangs gesagt, ist auch eine genetische Disposition. Alles, was du dir schenkst, alles, was du an dir regulierst, regulierst du auch auf der Ebene der Energie der Generationen. Viel Erfolg auf dem Weg zurück in das Gefühl, was nährt mich, wann bin ich genährt, was tut mir gut, was kompensiere ich mit dem Essen, dass dort Bewusstheit und Heilung einziehen darf. Viel Glück dabei. Tschüss. Wenn du diesen Beitrag gerade bei Spotify hörst, bitte ich dich um deine Unterstützung. Wenn du einmal unten kurz in den Shownotes, wenn du die einmal anklickst, dort haben wir eine kleine Umfrage. Es geht ganz schnell, die Daten sind anonym und mit dieser kleinen Unterstützung deinerseits hilfst du uns, dass der Podcast weiter bestehen kann. Vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Schau dich gerne auf unserer Homepage um www.jj-zentrum.online Dort findest du viele spannende Dinge über uns, Informationen über das Jinjinjutsu und über unsere Formate. Ich freue mich, wenn du dort Inspiration findest. Kaninense auf unserer Mongaret auf www.jj-จ Ul.mann Das war microbial Align拠ner sinnvoll. Und Very cool. Und un deals über lapse.